... ... ... ... ... ... ... Wir haben ne Drohne glaube ich. Irgendwo. Wenn es hier ist, dann ist es bestimmt lebt. Ich hab gesagt ne Sprengladung. da siehst du im Haus wo ich grad war ach da ist er ja, hallo so, du mein, äh, kannst du mich wiederbeleben? ne scheiße ach so, ja, ne ach, ich glaub ich ne wieder die Gute aus gut gemacht ja im letzten Augenblick hat doch noch einer die Ladung entschärft hm ich hab nen Typen hinten dran ungenietet, der das hätte gefährden können äh ich mach, ich hab ne Idee, ich mach den Sprengsatz einfach kaputt schade oh hm hm hier ist n ich hab nen Quad gefunden, was äh naja, so halb fahrbereit ist also, es steckt im Boden Panzer greift hm hm ich glaub ich nehm jetzt ein Pionier mit Strohstrander super super welchen Panzer ne Granate schmeißen würde oh, der Panzer ging schnell kaputt warum muss, was hast du jetzt genommen? Feuer untermarsch äh, was hab ich denn genommen? ne Pionier mit Schrotflinte hehehe zum Glück ist die nicht eintümig zum Glück ist die nicht eintümig egal hm oh so hä Alter von allen Ecken kommt einer von uns hm hm was hast du denn du für ne Klasse? äh Medic ah und die Usas scheiße Scharfschütze scheiße Scharfschütze wo war der? hm weiß ich nicht egal, ich hol dich wo oh achso, da ist einer von uns ja toll, jetzt hier ist so ne Superposition aber hier geht grad überhaupt nicht oh hehehe achso, ich kann da öfter schießen ja, du triffst aber leider nicht also ich triffste nicht ich hab's auch nicht getroffen ja, das also bitte erst den Schrocken und dann uff auch nö, ich bleib da oben du musst nur einen Schritt näher kommen und dann bist du tot ich? ihr? nicht du alter der Panzer hä? achso, da drüben ist ein anderer oh wo? unter uns ich geh mal runter äh wo war äh äh ah, es sind schon zwei von uns ja, die hab ich ja auch reingekommen sehen ich hab noch meinen Kilo nicht gesehen der Feind hat ne Sprengladung stattiert nach oben nach oben, Jungs nach oben, Jungs ist nicht schnell immer äh gut in den Rechten den können wir jetzt glaube ich ziemlich vergessen weil scharfschützen, die da eigentlich immer sind werden das ziemlich gut zu finden wissen äh 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 oder ja scharfschützen kann ich jemand fatalisieren au nebst du noch? ja scheiße ich nicht mehr ich geh dir jetzt aber auch nicht hin wenn wir jetzt ehrlich zu sein du bist doch sowieso ein Dings das ist wieder aufgegeben ach so, ja, stimmt ich bin da eh nicht hier, aber du brauchst leben ein Schamppspiel Alpha, krekte Jamme Alpha, krekte Jamme Alpha, krekte Jamme mit Feuer ein äh, den ich geh'n nicht getroffen ach, du kannst mich doch zum Geleben Thank you kein Problem Scheiße, die haben mich hier festgenagelt Scheiße, links da, in dem Haus Drohne nein, links da in dem Haus, dann auch ich so, ach so, du bist kaputt, okay hä wo ich spawn' bei dem da oh, 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 oh äh, toll ach, hier sind wir doch grad schon in der Action ähm gut hinten dran der, aber egal hier ey, die Drohne ist immer noch da, ne wo? flieg da oben dem droht die Drohne mir? ganz dahin wow ähm, ja wo bist du? ja, ich bin kaputt Mist ach, Jungs, wir haben noch noch ziemlich viele Tickets mehr zu sein Tja Tja einsatz ziel Bravo einsatz ziel Bravo verloch vora r r scheiße, das ist ziemlich blöd sich hier zu verstecken eieieieie, tschüssi ich bin kein Medik Ach du bist sogar auch kaputt. Okay. Du bist unsere letzte Hoffnung. Also irgendwie ist die Runde jetzt doch nicht so wie die letzten. Näääää. Ähm, Medic? Wo? Du? Hier. Ja. Ähm, Aua. Äh, nicht nur du Medic, der Typen braucht auch Medic. Hier Thomas, Medic liegt hierhin. Gib doch auch mal hier Medic. Alter, wie viele Punkte ich jetzt bekommen hab? Ja. Wie weit hockt denn der noch weg, Mensch? Scheiße. Nein! Und jetzt hockt ne... Das war ein Fail, falls galt noch... Ja. Ja. Und so... Ach, der da vorne braucht immer noch Medic. Diese scheiß Drohne, Mann. Diese scheiß... Explosion... Ach, das sind doch zwei. Scheiße. Irgendwie versorgt mich das jetzt nicht. Halt mal an kräftige Probleme. Kümmert euch darum. Ja, kümmert euch darum. Das ist... Recht leicht gesagt. Aber immerhin. Gut. Los. Ich hab dazu mal grad zwei, die neben mir gehockt, sind einfach gemessert. Ich weiß nicht, wieso die einfach neben mir gehockt sind. Hatten halt grad nix anderes zu tun oder so. Denken sich, sie könnten spionieren. Ja. Hier ist ein schönes Haus, aber. Gut, ich hab lange Weine. Thomas braucht Heilung. Ach, der kriegt sogar einen. Ja. Ja, sind ja genug Packages da. Battlefield 3 kann ich da gut machen. Möchtest du nämlich das feindliche Paket machen? Gut mal. Ähm. Da rennt man. Ach, komm. Du kannst mich ja nicht wiederbeleben. Thomas, belebt mich wieder. Ich muss gerade ein paar Leute ausschalten. Was? Du bist grad runtergefallen. Ähm. Ja. Was? Du bist grad runtergefallen. Ähm. Ach, da ist doch einer. Ach, da ist doch einer. Ja. T90. Leck mich doch ab. Ja. 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 Einmal bin ich wieder. Jetzt hier. Ja. Danke. Geh uns einfach mal hier hinten rum. Diese scheiß Drohne, Mann. das war mein eigener ja 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 ich bin was muss dringend mal wieder sein nehmen immer besser der Panzer immer wissen ja alles mit gut auch mal die die kann hier 1 Schade an den Validien hat man als Meldesverbot der kümmert sich drum menschen Ui, ich hab ja schon ganz viel Glück Ich muss aber was leben Ja, ich geh gerade von hinten an die Gegner ran, deswegen Ist in Ordnung Oh, der hat sogar noch Medic da gelassen Ähm Schau mal, ob er nicht von unten an der kommt Soviel dazu Feindliche Granate Eucherts Ja toll, jetzt kommt da erstmal einer von uns hin Schießt hier alles mit nö Ach, oben ist einer Ach Sag was Schau mal nach, dass nicht unten einer kommt Soviel dazu Was glaubst du, was ich da denke? Also So, oben war einer Hier ist Monition Es sollte wirklich so ne Abfüllfunktion geben Wenn man so Handschellen anlegt, dann können wir die alles schön in eine auspacken Und das lasst man dann quasi zusammen krachen Das wär irgendwie lustig, oder? Ja, Mann Ich hab Ehh 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 Gedartet Charger ist kaputt Uhhh 2